Familie ist nicht immer einfach Bei AWZ hält Laila, Suri Abbasie, dicht und verpfeift ihre Cousine Mireille, Sila Shahin, nicht. Familie hält eben zusammen und Blut ist dicker als Wasser, oder doch nicht. Dass das nicht unbedingt so sein muss, hat uns Suri jetzt im Interview verraten. Denn sie verbindet mit Familie nicht nur eine unbeschwerte Zeit. Was sie damit genau meint und wie anders das bei Kollegin Sila ist, gibt es im Video zu sehen. Streaming-Tipp Neue Folgen von Alles, was zählt, stehen bis zu sieben Tage vor TV-Ausstrahlung, online auf RTL Plus zum Abruf bereit. Die erste Folge mit Sila Shahin gibt es dort seit Donnerstag, 17. August. Und wer Sila nochmal in den alten GZSZ-Folgen sehen möchte, kann dies natürlich auch jederzeit tun. Suri Abbasie musste schon früh auf eigenen Beinen stehen. Während Sila Shahin das Verhalten ihrer Rolle Mireille gar nicht nachvollziehen kann, und sie ihre Familie privat immer in alles einbezieht. Platzt Kollegin Suri mit einem Geständnis heraus, denn sie sieht das Thema Familie ein bisschen differenzierter. Nicht jeder hat ja das Glück gehabt, in einer Familie groß zu werden, in der alles harmonisch lief, so Suri. Und sie fügt noch hinzu, ich liebe meine Familie über alles, wir sind sehr klein. Aber ich habe auch früh gelernt, für mich selbst Verantwortung zu übernehmen. Ich bin da irgendwie ein bisschen anders groß geworden, als die meisten anderen, aber das ist auch okay. Ich bin da irgendwie ein bisschen anders.